Yo, servus! Ich bin hier unterwegs am, was ist heute, 7. April oder sowas. Auch nicht irgendwie in Alaska oder in Norwegen. Nee, Westpfalz. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, es schneit wie eine, ja, zensiert und ich bin genervt. Der Winter ist jetzt langsam mal rum, hoffentlich. Aber hier geht's ab, hier schneit's ohne Ende. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht mehr sehen und ich wünschte, es wäre nicht so. Aber nun gut. Wollte ich einfach mal für die Zukunft festhalten. Diejenigen, die nicht glauben, dass es irgendwie am 7. oder was, April schneit. Alles klar. Danke.